Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen neuen Folge mit dem Dalokat, dem Maru, dem Juli, dem Kundren, den schönen Xlira, den Erwin, den Pain und den Items. Ich fühle mich lebendig. Das ist nicht das erste, was mir einfällt. Warum starten wir eigentlich direkt in der Oberzahl? Was haben wir eigentlich für einen Spaß? Haste Mode. Stören dich die 5 Minuten, reicht dir das nicht? Steht da unten. Ich hab den Stand da unten gemacht. Steht das bei dir nicht, Konrad? Bei mir steht unten nicht 5 Minuten, nein. Ich hab nur noch halbe HP. Bei mir steht auch. Bei mir steht 4 Minuten und 1. Was steht bei dir auch? Das war nicht das. Wir haben nicht mehr 5 Minuten Zeit, wir haben weniger Zeit. Ja, ich hab mich hier be... Ich hab mich hier auf jeden Fall verhört. Ich hab mich hier auf jeden Fall verhört. Warum ist Items hurt? Wer hat Items verhört? Alex, Alex, ihre Amazon-Lieferung Bananen, bitteschön. Ich hab's gemerkt. Irgendeiner wollte mich töten. Ich wollte grad sagen, was ist da passiert? Irgendeiner wollte mich töten. Ja, irgendeiner hat eine Granat auf uns. Das war die falsche Lieferung. Irgendjemand hat Items schwer verlegt. Ja, ja, ich hab's genau gesehen. Wer ist denn Hannes? Der kann man hier nicht durchlaufen? Der kann man hier nicht durchlaufen. Der kann man hier nicht durchlaufen. Irgendwie hat er den Debringer. Hier unten auf der Straße ist ein Diegelschuss ausgetauscht worden. Die standen genau nebeneinander. Ausgetauscht? Oh, schön. Und jetzt tauscht sich die ganze Zeit. Ja, sieh ich. Eigentlich sind Oli, sie sind Sidekicks. Ja, sieh ich. Nochmal erwischt. Beide sind Sidekicks, ne? Die haben keinen Main-Kick. Äh, Julie hat einen Toten zerstört. Sieh das als... Ja, mans. Das war Julie. Äh, können wir bitte Julie voten? Aua! Ja, Julie, Julie. Wollen wir schlagen, du Arsch? Ah, Julie ist doch wahrscheinlich klar. Man sagt mir Pain, einfach so. Ohne Beweise. Es ist echt Julie. The Pain kriegt immer aufs Mord. Ja, dann muss da jemand drin. Da mit dem Messer in der Hand. Äh, da ist sie. Ich werd sie stürmen. Jetzt kurz den Konzentrieren. Es gibt immer noch einen zweiten Traitor. Ja, der Alex. Alex ist der zweite Traitor. Ja, der Alex. Pain, Kapuz und Darlene. Ja, und Pain, und Pain. Alex erschießen. Alex ist in den Traitorraum reingelaufen. Alex ist in den Traitorraum reingelaufen. Ich bin ganz in den Traitorraum reingelaufen. Ich hab dich gesehen, wie du da reingelaufen bist. Nein, bin ich nicht. Doch. Ich kenn doch deine Ideen aus. Ich hab die Credits. Ich bin Detective. Ja, der kann's ausreichend sein. Äh? Ja. Early is safe. Alex sitzt auf. Alex sitzt auf. Alex sitzt auf. Alex sitzt auf. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn zu zweit. Early is badly wounded. Warum? Bad. Bad reicht. Alex lebt nicht. Der Twinger hat. Ja, ja. Das weiß ich. Oh Gott, fuck. Maru, lebst du noch? Ja, ja. Wahrscheinlich nicht mehr. Ob ich wird gesniped? Ob ich wird gesniped? Wo ist er hin? Egal. Early, nee. Frisst das Alex. Ach, schade. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Keine Ahnung. Er ist immer noch da. Auf den Kisten oben. Hilfe. Leute, ich bin doch lieb. Er ist immer noch auf den Kisten. Ich bin lieb. Ich bin lieb. Alter, wie oft willst du noch getroffen werden? Ich bin erst mal gestorben. Er hat viele Kisten. Auf welchen Kisten? Beim Kran. Bist du tot? Er hat viele Kran. Nein, hat sie nicht. Soll ich Early töten? Beim Arschlecken. Stirb. Läufe. Ja okay, dann mach's statt. Was ist das? Was ist jetzt passiert? Hey, du meinst ich soll... Nein! Warst du nicht an deiner Leiche? Ja, ich hab Ehr gedrückt. Dieser Fehler. Wie weit du aber rausgeschlungen bist. Ja, wie weit. Du bist auf der anderen Seite vom Schiff. Hallo. Der Alex ist echt enttäuscht. Ich hab schön gesniped grad, ey. Warum hast du grad auf mich, Alex? Ich hab alle geschossen, die gesehen haben. Vielleicht ist es viel zuerst für Points. Mein richtiger Schnipper. Das hab ich jetzt überhört. Okay. Wiederholt nochmal. Ich verzeih. Du selbst, dass man die Koma-Banka-Nitsch gegen... Ich heilissen darf, naja. Oh nein. Was war das denn jetzt so? Was war das für ein Geräusch? Oh Gott. Das war ein Vakuum-Reiniger. Wer war das? Wer war das? Wer war das? Wer war das? Wer leckt wem? Wer leckt wem? Wer leckt wem? Ohhhh. Achtung, alle weg da. Weg da. Explosionen. Juli wollte mich auf Mates mit ihm. Explosions. Explosions. Er lehrt dich schon wieder mit wem durch. Geht's los. Ne. Ich war Smoke and Nate vorne. Geht's doch nicht. Smoke and Nate every day. Höh. Smoke and Nate every day? Oh mein Gott. Smoke and Nate every day. Kapuze kann ich durch. Dankeschön. Bitte gehen sie durch. Alter was denn das für ne krasses Arme? Geht's hier los? Was hast du vor? Boah. Ich glaub wir lang gerade. Oh. Aua. Hey. Hey. Komm schieß doch zurück. Guck mal da oben. Hau. Was ist das für ein billiger Wurf gewesen? Okay, okay. Wir sind bereit. Der kommt aus dem Rauch. Kommt wieder auf die Straße. Tigerschuss. Ah. Alex wird mit Stuhl beworfen. Oh mein Gott. Stuhl. 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 Zeit, dass der Stuhl zurückkommt. Der Stuhl hier auf der Brust. Achtung, Kapuze Flanke. Lass den. Kannst du mal sehen bleiben? Hallo. Schöne mal auf mich immer hier zu bedrohen. Wer bedroht das? Wer bedroht das? Ich werde immer bedroht. Dick Slayer soll ich immer schlagen. Nein, sollst du nicht. Den Bedroherr. Das geht mein Tiefschuh ja noch an. Wir wurden besnieden glaube ich. Weg vom offentlichen Platz. Ich häng veröffentlicht. Du besnipest alles Items. Ich geh wieder auf meine Arbeitsstelle. Da oben ist noch einer auf dem Seil. Ist das? Was war ihr? Das haben wir die Schulden. Erli, was hast du für eine Waffe? Hat der geschossen, Alter? Ja, also ich war doch nicht geschossen. Erli, was hast du für eine Waffe? Ja, das ist auch nicht. Oh Gott. Erli wurde weg und sniped. Ich nehme dir danke für die Waffe auf jeden Fall. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Alex, das war im Haus drin. Das war's nicht. Ich bin unschuldig. Alex, das ist super geil. Er wurde weggetigelt. 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 Ich muss mal jemand herkommen, bitte. Weggetigelt. Ja, okay. Ich glaube, bei dem Aim... Kapuze ist es! Das ist nicht meine Pistole. Hallo? Also Payne, von Payne kam da irgendwas geflogen. Ja, Kapuze. Kapuze, Kapuze, Kapuze. Nee, da ist Kapuze. Dafür habe ich Angst. Items? Bitte, bitte. Nein, nein, nein. Nein, nein. Du bist bestimmt Sidekick oder so. Ihr seid alle unlustig. Ich brauche jemanden. Wenn es Items gleich ist, ärgere ich mich sowas von. Ich bin ne feine Katze. Ich würde mich nie umbringen. Ja, er hat gerade auf den geschossen deswegen. Ja, richtig. Ich hab auf Melone geschossen. Auf Ansage. Ihr Fussmaler. Ich brauche jemanden, der lustig ist. Du bist so lustig, komm her. Du bist so lustig, komm her. Du hängst das gleiche Fenster. Julie, geh in das Haus rein und tüffel die Person, die da drin ist. Alexander Meister. Alexander Meister. Da oben ist der, Alter. Es ist Dalo. Oh, ich hab gar keine. Oh mein Gott, das ist ein Fenster. Oh, nein. Ich hab mich geschießen. Julie, geh da rein und tüffel. Der Hauptmann ist gerade in dem Haus drin, gell? Wie lange wird ich mich noch im Auge behalten? Ich bin's doch nicht. Das ist doch mal in Ruhe. Bis die Runde vorbei ist. Ich bin's aber nicht. Warum schießen die denn alle auf mich heute? Weil du auf mich geschossen hast. Ich hab nicht auf dich geschossen. Du hast auf Kunt. Kaput ist es dort. Nein, hab ich nicht. Du bist jetzt froh, dass du an sich siehst. Du hast auch schon dran gekocht. Ich musste durch den Türschlitz schießt er. Durch den Türschlitz. Hey, er schießt schon wieder auf mich. Hä? Warte mal, gibt's einen Doppelgänger von mir? Wo ist Dalo hin? Da ist jemand mit einer Shotgun im recht oberen Fenster im ganz linken Haus. Es ist total verwirrend. Hat Alex jetzt Dalo in der Titelgang genommen? Alex ist Dalo? Ey, aber wo du gesagt hast, Dalo wäre da in dem Haus, stand Alex im Fenster und war nicht getarnt. Warte mal, ist es Pain oder was? Tötet einfach auch. Tötet Alex und Dalo. Ich glaub Pain ist es. Dalo. Hast du grad zwei Leute gekehlt? Ja, hat einer grad nen richtig Deal. Oh, ich freu mich erst wieder. Warte kurz. Ach, jetzt. Yo, ist das unfair grade. Ja, Dalo und Alex. Wir haben hier ne Heal Station. Und dran sagt mir, dass du noch lieb. Ab ihn. Sehr gut. Hast du wirklich was zum heilen? Ich könnte was gebrauchen. Ich guck grad mal. Oh, sieht nicht gut aus. Hast du ne ne Nehren? Nein, wir brauchen die Heilgranate, wenn's die noch gibt. Mach irgendwas! Ja, was ist denn Heilung? Okay, pass auf, ich hab ne Idee. Alex? Ja? Du musst mir vertrauen, du hast keine Märtyrer? Sag mal! Äh, nö. Beleb dich hier wieder, komm! Dankeschön! So, nun? Dann krech dich nochmal ab. Warte! Warte! Scheiße, der Job ist echt verwirrend. Okay. Alles klar! Scheiße, ich hab den Helder gegeben, du bist Braindead. Warte, warte, der ist doch nicht vorbei. Wir können das doch machen. Okay, der ist nichts. Wie kann ich denn einen Gehirnlosen zurückholen? Wer lebt schon auf? Und wieso kommt der nicht? Kann nur Mario sein, oder? Nein, ich bin das! Ich sitz hier immer noch an der gleichen Stelle, die ich die ganze Zeit umbringen wollte. Das ist eh, warte. Ich mach dir die ganze Zeit, dass ihr... Ich hab mir nur noch einen Defi... Ja, komm gleich. Ich muss mich jetzt irgendwie um... Da, okay, warte. Der hilft auch bei Idioten. Guck, da sind wir wieder beide am Start, ja? Ich darf glaube ich nicht reden eigentlich... Ah gut, wir sind eh zu dritt. Weißt du wo er ist? Sag mal... Ich weiß wo er ist, da hinten. Guck mal da hinten auf dem Turm. Ey, du hast mir den Dingel-Munitorn geklaut. Der trifft gar nicht, pass auf. Guck mal wie ich hier ausweiche. Hä? Ganz locker, flockig. Warte mal, ich bin mal auf Dingel-Munitorn. Warte mal, ich bin mal auf Dingel-Munitorn. Warte mal, ich bin mal auf Dingel-Munitorn. Ich hatte auch lange gebraucht beim Wiederbeleben. Aber Tönlich war er wieder bei Tretron im Death Group. Aber warum hast du ihn denn, nachdem er wiederbelebt wurde, getötet? Punkte. Damit ich die Punkte krieg. Denn erst wenn der Jackal tot ist, wird der Sidekick zum Jackal und kriegt drei Credits. Also richtig tot tot. Also Jack-San zählt nicht mehr. Das hat er gefixt. Gay-free. Was war denn das jetzt schon wieder für eine Performance? Das Lustige ist, warum bin ich den Jackal geblieben, wenn ich tot war eigentlich? Weil du noch... Weil du ja Second Chance hast. Du warst ja noch nicht raus. Und beim dritten Mal? Da warst du richtig tot. Da warst du... Nee. Ja, du warst auch Jackal, weil du wieder... Aber ich wurde auch zum Jackal. Weil ich kurz halt... Weil ich kurz halt... Weil ich... Weil ich... Das heißt, das ist eigentlich ja... Eigentlich ist ein Fehler sozusagen, ne? Ein bisschen. Ja, aber du kriegst ja keine neuen Credits. Du hättest ja nichts Neues bekommen. Naja, klar. Aber es gibt ne unendliche Kette. Das haben wir schon mal beim Weihnachts-Special gekauft. Wie ist denn das passiert? Ja klar, dann gibt's ne unendliche Kette, so. Ne? Es gibt ne unendliche Kette. Da war ein Diegeschuss zu hören. Das war aber wirklich ein Header. Der Traitor ist im Traitor-Raum drinne. Ich kann euch sagen, so geht jeder... Einer... Hallo, ich seh dich. Ja, ich seh dich. Ja, ich seh dich. Welchen Fetterraum? In dem Kleidfetterraum oder in dem Großen? Hm, was krieg ich denn dafür? Lässt du was liegen? Leg mir was in den Truck. Ehhh. Wer ist denn das überhaupt? Kapuze. Leg mir was Schönes da rein. Kapuze? Wir sind hier... Du bist um schnell Kapuze. Kapuze wirft mit Brandgranaten auf dich. Kapuze, da ist Feuer. Raubkapuze. Ja, kann ich nicht. Kapuze ist tot, oder? Einer hat mich vom Truck geschubst, ja? Ich dachte gerade, Pain stand in so einer Feuerwand drin. Was tust du da, Juli? Komm mal her, Conman. Ja? Jetzt guck mal im Briefkasten. Kapuze lebt. Kapuze lebt. Der ist hinter mir. Guckt in den Briefkasten. Tada! Oh! Eine Bananenlieferung. Bist du auch Schädler? Das ist voll geil, ja. Da bin ich nett zum Kapuzen, der schießt mich. Jemand hat... Heiße Banane! Heiße Banane! Heiße Banane! Komm meine Lieferung! Guck mal hier, wie es aussieht! Guck mal hier, wie es aussieht! Geil! Oh, gibt es gleich gebackene Bananen? Ja, hoffentlich. Wir warten mal, was passiert, wenn es fertig ist. Oh, Gatsch! Das hört nicht mehr auf. Doch, das muss doch nicht durch. So, schauen wir mal. Oh! Oh! Da ist die Bache! Da ist die Bache! Da ist noch! Da ist noch! Wir sind anders! Oh, Gott! Wer war anders! Geilerei! Ihr habt den Koch getötet! Da, Lus! Luli, kauf mal Defi! Da, Lus! Ja, ja. Werf den Defi hin, ich mach das schon. Hey, ich mach das. Ja, okay. Warte, ich bringe die Leiche. Ja. Sehr nett. Das geht so nicht! Ja, Brunica, Decker, Snipe! Vorsicht! Noch einer tot! Brunica, komm schnell zu mir! Da ist er! Ne, wir haben Decker gesnipt von irgendwo, wo wir ihn nicht sehen hier. Ist aber safe! Normalerweise bist du der Sniper mal raus! Also auf dem, da, auf den Dächen. Ja, aber ich steh neben Juli, also kann ich nicht gut snipern. Und ran! Ui! Hat er den Koch unterbrochen, ey! Dein Kapuze, da hab ich die immer füren, ey! Ich dachte, das Kapuze hat mir eigentlich nichts gemacht! So ist schon vorbei! Was für ne Scheiße! Hättest du nicht gelacht, Kapuze? Ja, aber ich dachte mir halt, was machen wir hier! Oh, was? Ja, hättest du nicht gelacht. Du hättest ja hier mit Bewegen und so, hast du mir ja gut was mitgeteilt. Aber du hast gelacht, damit hast du dich selber verraten. Ja, das war ja lustig. Vor allem wie gesagt, Kapuze hat nichts gemacht eigentlich. Ich hab nichts gemacht, die drohe Kundan war es! Das Schöne war nur, dadurch konnte ich dann, dadurch konnte ich in aller Ruhe da rausgehen. Danke Kundan! Ja, schön, dass du ein schönes Leben hattest, während du mich tot getrieben hast! Ich hab uns, ich hab die Ruhe für uns geholt. Traitor, Traitor Truck! Atoll! Gegebenenfalls können auch nur Innos drin sein. Könnte der Traitor Early bitte mit nem Prop töten oder sowas? Was? Was? Das ist so. Ey toll, sonst kann ich... Denk dran, es kann auch ein Inno im Truck sein, wenn der eingesperrt wurde. Wie Early selbst. Na ja, das haben mich aber beide eingesperrt und haben mich beide abgeknallt. Das waren beide Raider im Truck. Ja, ich war ja mit im Truck. Deswegen meinte ich ja. Beide stehen da. Hä? Achso. Nein, in der Runde davor. Mein Gott, Payne ist tot. 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 In der Runde davor war ich Traitor. Er kommt raus. Er kommt raus. Er kommt raus. Kurt und ich seh dich. Ja, ich warte auf die Person, dass der hier herkommt. Was ist das denn? Mach Bibi weg. Er hat nen Bibi Spray. Weiß nicht einer? Ja, er hier. Er kommt raus. Okay, er ist tot. Wer war das? Dalu? Der Trader ist tot und Early ist auch tot. Dalu. Early und Maru sind tot. Dalu ist Trader. Dalu ist Trader. Dalu ist Trader. Dalu? Dalu? Kannst du mal weggehen damit? Ich seh nix. Wie kann man nochmal sprühen? Geh. Nichts sprühen. Jawoll, so sieht man vielleicht jetzt. Er hat sich geportet. Danke, dass du mir das gelassen hast. Ich weiß, wo er ist. Ah, Juli ist es auch. Juli ist es auch. Juli ist es auch. Juli, du musst da auch nicht ließen. Das ist extra klug. Ach, Juli. Okay, okay, okay. Nicht! Nicht Alex! Nicht Alex! Oh, Moment. Alex! Alex! Ich hab kein Leben. Grundrand ist auch noch am Leben. Grundrand, der Dalu gratis. Aber hast gesehen, Alex hat mich nicht gemacht. Das sowieso Dalu und... Herr Dalu-Kadi, es ist gut. Ja, ich kann Dalu-Kadi. Kapuze, wir können ein Team sein. Ich hab noch ne Diegel über. Aber du bist kein Sidekick, Mann. Ich bin Jakar, nicht Sidekick. Was war denn da? Hä? Warum? Los! Kapuze, komm zurück! Ich helf! Dann musst du mich wiederbeleben, damit ich mich heilen kann. Warum? Jetzt komm zurück! Ja, ich komm ja schon. Das war ja echt jetzt grad blöd. Hier bin ich! Jetzt mach ich keine Metzchen! Was war denn jetzt? Was war denn das jetzt für die Scheiße? Ich brauch... Das war nicht lustig! Nein, das sollte nicht lustig sein! Du hattest doch ein Kredit! Ich muss dich zurückholen! Richtig entweischend! Richtig entweischend! Danke! Jetzt kann ich Julie wieder überleben. Die ist ja auch schon hier drin. Läuft nicht gut, Kundra! Alle sterben! Ja, das ist... Okay, auf welchem Sliver-Spot bist du? Ich bin da oben auf... Ich bin einfach auf dem Feld! Ich bin einfach auf dem Feld! Ich bin einfach auf dem Feld! Ich bin doch... Du hast eine Taube! Hä? Wie soll ich denn eine Taube haben? Jakar könntest du sein! Ich bin kein Jakar! Auf welchem Sliver bist du denn? Da, wo du beim Turm rauskommst! Ah, schade! Holy Shit! Ich hab mich echt getrunken! Headshot sogar! Wolltest du jetzt den Schuss swappen, dass er sich selbst erschiebt? Nein! Aber wenn er stehen bleibt, kann er den Platz nicht tauschen! Alex, was war denn das jetzt? Ich musste ihn dann zu bringen, sich zu bewegen! Du hast mich gekillt? Ja, deswegen hast du ja wieder volle Leben gehabt! Das hat mir nichts gekämpft! Wer weiß denn? Ich hab mir gemerkt kaputt! Ja, weil ich bin kein Team verraten! Ich war auch Trater! Das war echt schlecht! Von Hals ist es nach hinten losgegangen! Ich hab von den Legos gefahren! Das war das Schöne! Das geilste war in dem Fall, dass ich das Spray gemacht habe und Alex auch und man mich dann kurz nicht sehen konnte! Ich hab mich nicht teleportiert, ich hab mich nur geduckt! Na so los! Du hast mich nicht mehr gesehen! Du hast mich nicht mehr gesehen! Ich kann mich nicht bewegen! Er hat sich da jetzt selber suizidet! Achtung! Hieß du mich noch mehr! Irgendwer hat sich selber grad gekillt! Irgendein Affenkopf! Oh! Achtung! Gefeiert! Nein! Direkt zum Anfang der Runde! Und wie hat er sich selbst gekillt? Er hat auf das Fassleig vor allem drauf geschossen! Hier meine Zeiten unten werden nicht richtig angezeigt! Bei mir war noch Preparing! Ich kann mich nicht bewegen! Da lebt ihn noch wieder! Es hat doch noch keiner gekauft! Ist da in der Halle gelaufen? Warte! Warte! Schnelle sterben Leute! Ja! Ich hab Angst! Kapuze weg da vom Detektor! Ich will zuschauen! Darf ich zuschauen? Nimm dir nicht umdrehe es! Ich glaube Early! Ich habe Early! Ich will zuschauen! Ich will zuschauen! Alex! Vielleicht hat Alex ja was gesehen! Alex! Schreib mal ein paar Namen an! Ich hab die Lizenz zu töten! Ich glaube er hat Kapuze angeschrieben! Early! Ich glaube nicht! Er lag um einen Shotgun! Is dasakah?! Nein! Fahrt ran! Ichah! Einige... Ehe der! Oh shit! vagy! 文! Wie ist der denn hin? Oh nein... Alex wurde schon wieder erschossen. Das ist doch nicht euer Ernst. Oldie ist tot. Oldie ist Traitor gewesen. Aber wie habt ihr jetzt Alex nochmal gekillt? Das war auf jeden Fall nicht Judy. Jetzt könnt ihr auch mal ein Kompliment sagen, das habe ich ihr schön gemacht. Was hast du gemacht denn? Ja guck doch mal! Es brennt alles. Wunderbar. Ah, Alex ist gestorben, weil er sein Tod in meinem ersten Mal nicht gesetzt hat. Ah, und es hat ausgebrannt. Hallo Alex. Hallo Juli. Hast du alles im Blick, ja? Nein. Ah gut. Mein Gott, ich werde verfolgt von Dalo Capuzzi. Du bist der letzte Traitor. Nee, du bist der letzte Traitor. Hehehe. Oh mein Gott! Der einzige der sich entfernt ist Juli. Juli ist es nicht. Juli hat auf jeden Fall nicht die Fart Rocket benutzt. Und da der ein Traitor schon tot ist, ist sie safe. Das AIM hat sie gar nicht. Nein. Das AIM hat sie doch. Also es müssen Payne oder Maru sein. Da ist der Maru. Da ist der Maru. Komm kaputt, sag mich so. Das ist nicht meine Entscheidung. Das könnten wir als Gruppenentscheidung machen. Ja machen wir Gruppenentscheidung? Ich bin dafür Payne oder Maru. Ich bin für ein Duell zwischen Maru und Payne. Kapuze, Judy, wie siehts aus? Ich hab doch für Payne gewoautet. Ja Kapuze, wir halten uns raus. Also Maru und Payne macht mal Stress hier. Okay. Da gehts nicht durch, Leute. Also es ist keine Schroflächen. Es ist keine Schroflächen. Lass mal eine Kroba-Bette machen, ok? Auf der Straße, wo wir eure Hände sind. Das ist keine Schroflächen. Ne, ich bin mit Schroflächen bedroht. Maru läuft die ganze Zeit weg. Maru ist es dann. Maru ist es. Slow motion. Payne, renne nicht weg, du Fallgesau. Oh jetzt bin ich schro... Ah nice. Ist jetzt Payne böse oder du? Nein Maru, das stimmt, wir können auch voten. Ich hab nämlich nicht gewoautet. Idems, mach mit. Schnell, aber bitte, bevor... Ich werde nämlich angeschlossen. Beeil dich! Komm schon! Da gehst du. Ganz hinten. Krass du jetzt ganz dahinten sein. Hallo, geh aus der Schroftbahn. Ich lenk ihn ab. Boah, der hat eine ziemlich gute Waffe. Alle. Drück weiter nach rechts, Maru. Er steht genau auf meiner Brand! Der ist wiederbelebt worden, Leute. Kapuze ist es. Hey! Tschuld die wieder andersrum, wir sehen ihn doch! Aaaaaaah! Rabin! Jawoll! Was war denn das? War so'n schickes Rennchen, Leute! Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Lasst ein Like, bis dahin macht's gut! Tschüss! Tschüss! Musik Musik Musik